Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Heute haben wir eine ganz außergewöhnliche und aus meiner Sicht innovative Idee zum Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung, zum Teambuilding. Ich sitze hier mit zwei Jungs vom Team, vom Baldick Lasertag und wir wollen heute mal zum einen das Thema Lasertag als Teambuildungsmaßnahme anschneiden, als auch Escape Room. Was das ist, das erklären euch die Jungs gleich. Also, hier neben mir sitzen die beiden Jungs vom Lasertag, Michelle und Thomas. Stellt euch doch mal vor, wie seid ihr auf die Idee gekommen und was macht ihr hier so den ganzen Tag? Okay, ich würde mal anfangen. Mein Name ist Michelle, ich bin Geschäftsführer von Baldick Lasertag und Baldick Escape Rooms. Wir machen das Ganze mit meinem Partner, der heute leider nicht dabei sein kann. Seit 2014 haben wir in Greifswald gestartet mit unserer ersten Unternehmung, haben dort mit Lasertag begonnen und Escape Rooms und sind dann, um die Fahne hier regional etwas hochzuhalten, nach Neubrandenburg gekommen. Wir sind beide aus der Nähe von Neubrandenburg, kennen uns seit über 20 Jahren und für uns war es von Beginn an klar, dass wir was zusammen machen wollen und da hat sich das angeboten. Sehr cool. Ich bin Thomas, ich bin noch gar nicht so lange dabei. Seit ungefähr einem Jahr jetzt bin ich dazu gestoßen und habe Gott sei Dank von den beiden die Möglichkeit gekriegt, mich hier so ein bisschen um Neubrandenburg zu kümmern und den Standort. Das alles läuft hin und her und grundsätzlich Interesse an dem Spiel war halt schon immer da. Und jetzt auch noch aus der anderen Perspektive das Ganze so ein bisschen entlaufen zu bringen, ist halt eine super Möglichkeit für mich. Also ich habe ganz ehrlich das erste Mal von Lasertag in der Serie How I Met Your Mother gehört. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Lasertag und Escape Rooms zu bauen? Also die Geschichte mit How I Met Your Mother ist natürlich naheliegend. Das war für uns tatsächlich gar nicht der Aufhänger. Also als wir damals begonnen haben, uns über die Selbstständigkeit Gedanken zu machen, war es eben so, dass wir irgendwas gesucht haben, was eine Art Spielsimulation ist, die Leute vom Rechner, vom Reinzocken wegzubekommen und eben in eine Bewegung zu bekommen. Und dann haben wir im Internet recherchiert und sind dann eben auf Lasertag aufmerksam geworden, sind dann dazu in den Westen gefahren, haben uns verschiedene Standorte, verschiedene Lasertag-Hallen angeguckt. Und dann war das Ding für uns klar, dass wir es machen wollen. Okay. Und dann habt ihr angefangen und dann sind noch weitere Ideen einfach so Stück für Stück dazugekommen oder wie? Genau. Also wir haben dann natürlich mitbekommen, wir sind mittlerweile relativ gut vernetzt, auch was die ganze Lasertag-Lobby angeht, dass viele zur damaligen Zeit gesagt haben, die wollen ihr Angebot erweitern, eben um die Escape Rooms, die wir jetzt natürlich in beiden Standorten auch anbieten. Ja. Und die Komplexität des Ganzen, die ist nämlich sehr, sehr simpel. Das heißt, du kriegst ein Equipment angelegt, wo du einen Brust- und Rückensensor hast, genauso wie je nach Hersteller die Hardware unterscheidet sich. Bei uns haben wir zusätzlich noch Schulterpolster drin und dann kriegst du einen Phaser in die Hand und grundsätzlich geht es darum, einfach nur Brute zu sammeln, indem du andere Spieler deaktivierst. Das heißt, du hast einen Abzug an dem Phaser und versuchst sie damit zu treffen. So simpel ist das Ganze, aber insofern auch viel komplexer, weil es unheimlich viele Möglichkeiten gibt, das Ganze zu designen. Es kann ein jeder gegen jeden sein, es kann ein Teamspiel sein, es kann ein ich hole die gegnerische Flagge sein. Es gibt so viele Möglichkeiten, je nachdem wie man die Software programmiert und die Halle designt. Mhm, okay. Und für das Design, da habt ihr euch einfach was ausgedacht? Oder gibt es da Designer, die das extra entwerfen? Also die gibt's ja, aber das war tatsächlich unser eigener Anspruch, die Spielfläche so zu gestalten, wie wir das gerne hätten. Dadurch, dass wir eben damals die Erfahrung gesammelt haben, auch bei anderen Betreibern, wussten wir schon, in welche Richtung das irgendwie geht. Aber wir haben es ja natürlich aus Unternehmersicht, aber hauptsächlich auch aus Spielersicht gestaltet. Genau, dass du viele Möglichkeiten hast, dich eben zu verstecken, dass du wegkommst, dass du Punkte sammeln kannst an verschiedenen Positionen. Und das war unser eigener Anspruch, das Design der Halle und das Design der Spielfläche selbst zu entwerfen. Punkte sammeln heißt, ich schieße jemand anderem ab mit einem Lichtstrahl, Laserstrahl, also es wird niemand verletzt. Korrekt, korrekt. Das Wort abschießen wollen wir hier im Idealfall immer so wenig. Das finde ich nämlich sehr interessant, also dass du bewusst auch die Wortwahl Punkte sammeln gewählt hast. Man macht so seine Erfahrung und es ist ein Spiel, in dem man Punkte sammelt. Das ist halt relativ wichtig. Und ja, natürlich, wenn du abdrückst, dann kommt ein Lichtstrahl, der absolut ungefährlich ist. Die deutschen Kriterien sind ja gigantisch groß, sowas würde ja nicht auf den Markt kommen, wenn die Gefahr überhaupt nur besteht, dass irgendwas passieren sollte. Von daher ist es natürlich absolut ungefährlich. Der Lichtstrahl aktiviert den Sensor in der Weste an den Punkten und dadurch ist das Spiel unkompliziert. Du musst nur drücken. Jeder kann es spielen. Das Startalter variiert relativ stark. Das kommt ganz darauf an, wie fit der Junge oder das Mädchen ist im jungen Alter. Und nach oben sind potenziell wenig Grenzen gesetzt. Was war so das jüngste Kind? Welches Alter hatte das? Also wir haben grundsätzlich erstmal keine Altersbeschränkungen. Das muss man vielleicht mal klar sagen. Wir empfehlen aber eine Mindestgröße von 1,20 Meter. Also jeder, der 1,20 Meter groß ist, ist definitiv in der Lage, auf Lesetext zu spielen. So 5, 6 Jahre, das dürfte dann schon... Genau. Der Kritikpunkt wegen den 1,20 Meter ist häufig eher, dass der Brustgurt auch auf den Schultern getragen werden kann. Wenn die Schultern zu klein sind irgendwann, dann hält es das einfach nicht. Aber wenn das Kind in der Lage ist, das Spiel zu begreifen und weiß, was es tut und eventuell auch nicht Angst bei den Lichtern und der Dunkelheit in der Halle hat und der Musik, die ja doch dann relativ lauter ist, sonst ist es kein Lasertag, dann kann es spielen. Okay. Wie alt ist die älteste Teilnehmerin, Teilnehmer? Also wir haben tatsächlich mal eine gehabt oder einen. Das war ein etwas älteres Semester mit 80 Jahren. Cool. Ja. Du gibst ja letztendlich dein eigenes Level an Bewegung vor in der Halle. Du bist ja nicht gezwungen, die Spielzeit komplett durchzulaufen, sodass das höhere Semester ruhig spielen kann. Okay. Und wenn ich jetzt so sage, als Chef oder als Teamleiter von einem kleinen Team möchte ich mal was Außergewöhnliches machen, neben der klassischen Weihnachtsfeier oder irgendwas. Wie sieht das dann hier aus? Hattet ihr auch schon viele Unternehmen, die sowas gebucht haben für ihre Mitarbeiter und dann hier auf Ort Lasertag gespielt haben? Also du hast es angesprochen. Ich sage mal, gerade speziell zur Weihnachtszeit sind die Anfragen relativ hoch, was Firmen angeht, auch in beiden Standorten. Wir machen das so ein bisschen abhängig von der Größe der Firma, von der Größe der Personenzahl, die hier kommen, ob man das kombiniert. Und die Kombination ist sehr, sehr häufig gefragt und auch sehr schön, finde ich, dass man sagt, man bucht die Halle zum Beispiel exklusiv. Ein Teil, der jetzt Lasertag spielen möchte, geht zum Lasertag. Der andere Teil geht eben in die Escape Rooms, wovon wir zwei haben, mit maximal sechs Personen pro Raum spielbar. Und dann wird halt getauscht, so wie halt Lust und Laune ist der Mitarbeiter. Was sind so für körperliche Voraussetzungen gefordert erstmal? Also um Lasertag zu spielen, wahrscheinlich musst du aufrecht stehen können und zwei gesunde Hände. Korrekt, das ist es schon quasi. Wenn du nicht weiter in irgendeiner Form verletzt bist oder Einschränkungen im Körper hast, ich würde sagen, es gibt entweilige Grenzen mit einem ausgeprägten Asthma oder sonst was, sollte man sich darüber nachdenken, eventuell das Ganze nicht ganz so intensiv zu betreiben. Aber auch da gilt, wenn du weißt, was du draußen für einen Sport treiben kannst, dann weißt du auch, wie du dich drin in der Halle bewegen kannst. Also die Grenze würde ich bei mir persönlich ziehen bei Epileptikern. Also dadurch, dass wir natürlich Licht da drin haben, zum Teil auch mit Strobe-Effekten, würde man da sagen, das würde ich mir zumindest mal vorher anschauen in einem normalen Spiel. Und ja, dann würden wir sagen, würde ich das sehr zweifelhaft finden, dort mitzuspielen. Gibt es da vorher Abfragen, müssen diejenigen... Ja, wir haben ein, zwei Epileptiker, die häufiger kommen und wir haben Gott sei Dank Möglichkeiten, die Lichtsensorik ein bisschen individueller zu steuern. Und es gibt so ein, zwei flackernde Lichter, die wir dann manuell ausmachen können, wodurch diese beiden sehr gut klarkommen. Wobei Epileptikern ein breites Spektrum ist, da kommt ja jeder anders mit gut klar. Aber die haben das getestet für sich, wenn die aus sind, haben die da weniger Probleme mit. Heißt aber nicht generell, dass Epileptiker gut hier drin spielen können, so wie im Schelsang. Also muss man immer im Einzelfall gucken. Habt ihr eine ungefähre Ahnung, wie viele Lasertag-Anbieter gibt es deutschlandweit? Das ist eine gute Frage, da wird mein Kollege jetzt die Haare über... Oder die, wie sagt man? Das stimmt, ja. Die Hände über den Kopf zusammensteigen. Also war jetzt die perfekte Frage für denjenigen, der heute nicht da war. Genau, genau. Also im Nordosten gibt es tatsächlich nicht viele. Also wir haben jetzt, der nächste Standort wäre Rostock mit dem HCC. In Greifswald gibt es noch einen, ja, einer, der das anbietet. Und sonst sind wir hier im Kreis von 100 Kilometern die einzigen, die es tatsächlich gibt. Also in Mecklenburg-Vorpommern gibt es drei, vier Anbieter. Das ist überschaubar. Aber auch die Escape Rooms, so vom Gefühl her, sind so ein bisschen aus dem Boden rausgeschossen in den letzten Jahren. Also es ist zumindest ein spürbar mehr geworden. Ja, ich würde sagen, spürbar mehr geworden in unseren Breitengraden hier oben. Bei uns im Nordosten kommt ja alles mal ein bisschen später an. Der große Schwung kam schon vor über zehn Jahren wirklich, auch nach Deutschland rüber. Aber das breitet sich halt eher bei uns sehr, sehr sporadisch aus. Was man jetzt immer noch sieht, weil es ja wenig Anbieter hier bei uns gibt. Und immer noch die Frage, die du uns stellen wirst, was ist das überhaupt? Kommt immer mehr an den Leuten auf, auch hier in Neubrandenburg. Dann schieß doch direkt mal los. Escape Room, was ist es? Das stammt von den Adventure Games ursprünglich. Also es ist ein Live-Action-Event. Das heißt, du gehst in einen Raum rein als Team. Und original, wenn wir uns den Namen aus dem Englischen übersetzen, Escape und Room, entkomme aus dem Raum. Das heißt, ursprünglich wurde man eingeschlossen in einen Raum und musste halt innerhalb eines gewissen Zeitfensters über diverse Rätsel rauskommen. Das heißt, man hat eine Hauptaufgabe. Und diese setzt sich zusammen aus mehreren kleinen Rätselaufgaben. Muss ich jetzt Angst haben, dass das so ein Assault-Spiel für Einsteiger ist? Nee, also wir haben uns tatsächlich das Thema beabsichtigt ausgespart, weil wir keine Leute unbedingt einschränken möchten. Wir haben Schulklassen, die unsere Räume spielen. Eine generelle Altersempfehlung würde ich trotzdem bei einem der Räume vielleicht ab zwölf Jahren geben. Also es ist schon, dass man vielleicht Sachen findet und sich selber in einem Raum wiederfindet, der vielleicht etwas dunkel und ungewöhnlich ist, sage ich es mal so. Okay. Man ist ja immer in einem Szenario drin und man versucht das so gut wie möglich realistisch zu gestalten, dieses Szenario. Und in einem jungen Alter kann man sich da schon mal drin verloren führen. Es ist immer empfehlenswert bei jüngeren Leuten, dass vielleicht ein Erwachsener dann teilweise dabei ist. Könnt ihr mal so ein Szenario, ohne zu viel zu verraten, für eure potenziellen zukünftigen Gäste mal beschreiben? Also was ist das für ein Szenario? Also ich würde jetzt mal anfangen mit dem Szenario, das wir hier haben. Wir haben hier zwei Räume und würde das eine mal kurz vorstellen. Das nennt sich der Puppensammler. Es geht um einen Chef einer Puppenwerkstatt, der entsprechende Puppen repariert. Es kommt eine Kundin zu ihm, die eine kaputte Puppe abgibt. Er soll dann sozusagen die Puppe wieder heil machen und die vereinbaren eine fiktive Zeit. Die Kundin kommt wieder, klopft an die Tür und er ist nicht da. Und sie nennt natürlich gerne ihre Puppe wieder. Und jetzt geht es beim Spieler darum, eben diese Puppe wiederzufinden. Ich möchte vielleicht da nochmal einhaken in die Escaping-Geschichte. Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass da in Polen dieses riesengroße Unglück passiert ist. Da hat das Ganze nochmal große Wellen geschlagen. Man kann das gar nicht genug betonen, dass jeder Spieler zu jeder Zeit aus dem Raum gehen kann, der Raum nicht abgeschlossen ist. Genau. Okay. Genau, also das mit dem Abschließen des Räums, das war mal der ursprüngliche Gedanke dieses Ganzen, weil es Escape sein sollte, es sollte so realistisch wie möglich gestaltet werden. Heutzutage sind in der Regel alle Türen offen. Das heißt, jederzeit ist die Möglichkeit da. Man versucht nur dem Spieler zu suggerieren, dass er doch bitte für die Spielzeit dort drin bleibt. Wenn irgendwas ist, kann man jederzeit losgehen. Ja, und es wird ja auch, wie ich das gesehen habe, technisch von jemandem überwacht, der auch die ganze Zeit da auch mit eingreifen kann. Genau, es gibt bei uns einen Operator, der tatsächlich, denn wir haben Kameras in den Räumen, wir haben Mikrofone in den Räumen, es wird nichts aufgezeichnet oder so, aber der zumindest die Gruppe beobachtet und falls Hilfestellung notwendig ist, er denn diese Hilfestellung einfach gibt. Ja, und das machen maximal sechs Personen, können das auch mehr, können das weniger? Nee, also wir empfehlen tatsächlich, mit maximal sechs Personen zu spielen. Wir haben damals zwar mit sieben, acht Personen, aber es nimmt einfach den Spielspaß in dem Raum, weil die Räume jetzt nicht besonders groß sind und dementsprechend auch wirklich nur für maximal sechs Personen ausgelegt sind. Weniger geht auch? Korrekt. Also, es gibt die potenzielle Möglichkeit, das Ganze sogar rein theoretisch alleine zu spielen, was aber nicht wirklich den Spielspaß ausmacht. Wir reden ja über das Team und zwei sollten schon immer dabei sein, es wird nie alleine gespielt. Und wie Michel sagt, ab einer gewissen Gruppengröße ist A, der Platz nicht mehr da und B, kriegst du als Spieler bei sieben, acht Leuten einfach nicht mehr alles vom Raum mit und dir fehlt viel von der Erfahrung. Da wird in einer Ecke ihr Rätsel gelöst, in einer anderen Ecke ihr Rätsel gelöst und du stehst dann nach einer halben Stunde wieder da, was ist denn da passiert und kriegst nicht alles mit. Das ist dann auch ein bisschen langweilig. Okay, also zusammengefasst auch für die ganzen Firmen und Unternehmen, also so Escape Room, vier, fünf, sechs Leute ist vollkommen machbar. Sollten es mehr sein, dann sollte man lieber das Ganze eben aufteilen und auf mehrere Durchgänge oder eben verschiedene Räume dann entsprechend verteilen. Das macht dann durchaus Sinn. Genau, dadurch, dass wir hier die zwei Räume haben, können wir sozusagen mit maximal zwölf Personen spielen. Falls es darüber hinausgeht, dann haben die anderen, die jetzt gar nicht spielen können, eben eine Stunde Pause, können in der Zeit parallel Lasertag spielen, danach wird getauscht. Genau, und so haben alle eben ein schönes Erlebnis. Wie ist das, kann ich das mehrfach machen? Ist dann der Reiz noch da oder verändert ihr das auch mal? Also wie oft kann ich denn zum Escape Room kommen oder eben auch zum Lasertag? Das ist das große Problem an einem Escape Room Event. Du baust und gestaltest natürlich den Raum mit einem großen finanziellen Aufwand und der ist dann so fertig. Das heißt, das ist ein einmaliges Erlebnis für dich, weil du die Rätsel dann gelöst hast in dem Moment. Was man natürlich rein theoretisch machen könnte, den Raum komplett umgestalten. Das gestaltet sich allerdings relativ kompliziert, weil ich ja nicht einfach nur ein neues Thema reinlegen könnte. Ich muss ja die Technik komplett neu ziehen, die Wände neu ziehen und das ist ein so großer finanzieller Aufwand, dass man das nicht einfach mal jede Woche neu machen kann. Und der Raum muss ja eh gespielt werden von so viel wie möglich Leuten. Das heißt, einmalig pro Raum. Aber die beiden Räume, die wir haben, beziehungsweise die anderen beiden in Greifswald sind vier verschiedene Themen. Das heißt, man kann jeden einmal ablaufen. Okay, also im schlechtesten Fall macht man es einmal in Neubrandenburg, einmal in Greifswald und dann hat man auf jeden Fall schon mal vier riesige Events, die man da veranstalten kann. Wie lange dauert ein Spiel? Gibt es da eine zeitliche Vorgabe? Kann ich das schneller lösen? Kann es auch passieren, dass das Rätsel gar nicht gelöst wird und ich muss wiederkommen? Also wir versuchen schon darauf zu achten, dass möglichst viele zumindest alle Rätsel sehen. Das liegt immer bei der Dynamik der Gruppe, ob es funktioniert. Also ja, genau. Genau, da haben wir alle Operator darauf geschult, dass sie versuchen, dass die Spieler so viel wie möglich von der Erfahrung auch mitkriegen. Die 60 Minuten sind die Grenze für das Spiel ist beendet oder sie schaffen es vorher. Okay. Also es gibt sehr, sehr gewiefte Gruppen, die sehr, sehr clever sind, die sowas dann auch deutschlandweit machen. Die laufen dann deutschlandweit rum und spielen Escape Rooms und die kennen Kniffe und wissen, wo sie nachher gucken müssen und dann kann das auch schon mal schneller gehen. Was ist so das oder wo liegt der Rekord? Also ich glaube hier in der Brandenburg tatsächlich bei einer halben Stunde. Aber das waren dann natürlich auch wirklich sehr, sehr erfahrene Spieler, die dann schon 50, 60 von mir spielen. Also es ist eher realistischer, dass es eher Richtung 60 Minuten geht für den normalen Einsteiger und ich sage mal, wenn man gerade das in der Firma anbieten möchte und da noch nicht so die Erfahrung hat, ist das wahrscheinlich auch nochmal allgemein erstmal so ein Highlight, sowas zu machen. Man versucht die Rätselketten so zu gestalten, dass man theoretisch an die 60 Minuten auch wenigstens über eine Dreiviertelstunde. Wie lange wird Lasertag gespielt? Also bei uns ist ein Spiel immer 15 Minuten. Und beim Lasertag ist es so, das haben wir glaube ich von so ein bisschen außer Acht gelassen, dass wenn du getroffen wirst, hat deine Bestie so einen Cooldown, nenn sich das, von 5 bis 6 Sekunden und danach geht das Spiel weiter. Also du machst wirklich die reine Netto-Spielzeit von 15 Minuten und bist permanent in Bewegung, je nachdem wie sehr man spielen möchte, wie intensiv man das wahrnehmen möchte und sich ausleben will. Aber du hast nach 15 Minuten, es ist eine sportliche Betätigung. Also man merkt es dann nach 15 Minuten. Ja, ja, ja. Es gibt viele, die kommen und sagen, 15 Minuten, was soll das denn? Und kommt dann raus, 15 Minuten können ganz schön lang werden. Und für mich persönlich ist das auch die Obergrenze der Zeit, die du für ein Lasertag spielst. In der Regel machen wir das so, da versuchen wir bei den Buchungen darauf zu achten, dass zwischen den 15 Minuten immer mindestens 15 Minuten Pause sind, um sich zu erholen. Es klingt merkwürdig, aber es ist tatsächlich anstrengend. Okay. Wie viele Durchgänge schafft man rein körperlich? Also in der Regel werden tatsächlich so drei gebucht. Also das ist so das Normale. Und dann reden wir von einem Zeitaufwand von sogar zwei Stunden bei drei Spielen. Wenn man alle Pausen mit einkalkuliert. Es gibt aber auch Spieler, die spielen wirklich an fünf, sechs Spielen. Okay. Das sind wirklich häufig Spieler, die halt einfach sagen, es macht mir so viel Spaß, ich möchte es immer wieder. Und die machen das. Aber auch eine Pause zwischendrin. Die sind dann hier noch ein bisschen länger. Welche körperlichen Fähigkeiten werden denn geschult beim Lasertag spielen? Also ich sag mal so... Gute Frage, gute Frage. Es ist zum einen natürlich die Kondition generell nach 15 Minuten. Wenn ich mich die ganze Zeit körperlich aktive, dann würde ich sagen, Augen-Hand-Koordination ist ganz, ganz wichtig, was das klassische Ziel angeht. Wir haben auch viele Bundeswehrgruppen und Munizistengruppen, die sind häufig gar nicht so gut da drin. Das kann man sagen. Das ist immer ganz witzig. Das kommt immer ganz auf. Muss einen das jetzt beunruhigt. Aber von daher, ich glaube, Schnelligkeit, Reflexe ist ganz wichtig. Also wenn man nur vom Körperlichen her überlegt. Ich meine, letztendlich ist, wenn du jemanden triffst in der Halle, der der Schütze, egal wie gut erzielt, wer schneller schießt. Also auch viel Reaktion. Richtig, korrekt. Es geht auf der anderen Seite auch viel um Kommunikation, was ja auch sicherlich für die Unternehmen jetzt nicht so interessant ist. Wenn wir gerade so in die Richtung Teambild eine Maßnahme gehen, es ist viel Interaktivität, viel Kommunikation, Sprechen miteinander. Und das entwickelt bei den Gruppen so eine eigene Dynamik. Der eine interpretiert das so und der andere so. Und das ist spannend auch für die Leute, die dann tatsächlich hier spielen. Also es ist auch wirklich eine kommunikationsfördernde. Ich kann mich nebenbei, also wenn ich jetzt Teams bilde, gegeneinander spiele, dann kann ich schon sagen, geh du rechts rum, ich gehe links rum. Und schon irgendwo strategisch zu arbeiten. Wir können uns ja ein Szenario vorstellen, wo wir mehrere Teams reinschicken. Das kann ein Team selbst sein oder halt mit fremden Spielern. Wenn eine große Firma kommt, natürlich unter sich. Und du kannst die Teams ja einstellen, wie du möchtest. Das heißt, es könnten drei Teams sein, die aus vier Mann bestehen, meinetwegen. Und die verteilen sich dann, kommunizieren, überlegen sich, welche Ecke sie einnehmen, über welche Flanke sie kommen und so. Also da geht schon viel mit Taktik und Kommunikation. Das ist ganz wichtig. Ihr hattet vorhin schon gesagt, viele Leute von der Bundeswehr, viele Leute Polizei. Habt ihr noch so klassische Firmen, Kunden? Also kommt jemand aus dem Finanzamt hierher und spielt Lasertag? Also ist, glaube ich, bisher noch nicht vorkommen, wenn dann privat. Wir haben, wenn wir jetzt hier speziell von der Brandenburg reden, als Stammgast tatsächlich den Mediamarkt. Die kommen relativ häufig. Die sowieso auch schon technikaffin sind und dann... Genau. Also man braucht jetzt, wenn man hierher kommt, kein Studium in Informationstechnik oder wie auch immer. Das wird alles von den Mitarbeitern hier super erklärt. Aber das würde ich sagen, sind so tatsächlich die Stammkunden jetzt von der Brandenburg. Ein bisschen jünger, ein bisschen aktiver, aber vielleicht auch, weiß noch nicht, vielleicht können wir ja auch viel Aufklärungsarbeit leisten. Das denke ich. Gerne ist wahrscheinlich auch das Finanzamt hier vor Ort eingeladen, vorbeizukommen. Immer gerne, immer gerne. Wir fragen jetzt nicht jeden Privatkunden, wo er herkommt. Möglich ist es. Aber gerade so die Firmenkunden, das merkt man ja, wo er herkommt. Wenn die gerade Weihnachtsfeier machen, dann ist er sicherlich auch... Ihr bietet ja sicherlich auch ringsherum noch einige Sachen. Ich weiß nicht, Essen, Trinken oder Bedarung. Also Essen jetzt tatsächlich nicht. Da haben wir nur kleine Snacks zur Auswahl. Ja, Getränke haben wir fast die ganze Fritz-Cola-Palette. Also das wird dann auch schon hiermit angeboten, wenn die herkommt. Also fürs leibliche Wohl ist auf jeden Fall gesorgt. Escape Room. Das würde mich nochmal so ein bisschen strategisch interessieren. Kann man denn mit solchen Rätselspielen auch zum Beispiel gut herausfinden, wer ist denn jetzt eher so der Team Leader und wer ist eher so eine Art Mitläufer? Kann ich vielleicht auch so bestimmte Rollen innerhalb eines Teams herausfinden? Sind sogar relativ wichtig, wenn man den Escape Room erfolgreich schaffen möchte. Es gibt sowas wie den Leiter, der sich wirklich sagt, okay, guck mal dir das an. Da hast du ein Rätsel. Schau du doch mal das an. Und es gibt auch einen sogenannten Rufer, ganz häufig. Das hört sich so laut an, ist es gar nicht. Aber der kommuniziert laut mit der Gruppe. Stell dir folgendes Szenario vor. An einer Ecke des Raums hast du einen Morse-Code. Und an einer anderen Ecke des Raums hast du das, wo man den Morse-Code eingeben muss. Das heißt, der eine sieht den Morse-Code, weiß aber nicht, was er damit anfangen soll. Und der andere hat das Ding, womit er was tun muss und weiß auch nicht. Das heißt, der Rufer verbindet diese Leute, damit sie überhaupt mitkriegen, ah, okay, dafür brauche ich das. Also Kommunikation ist in dem Escape Room das A und O. Und es muss jemanden geben, der das Ganze übernimmt und weiß, wo alles ist. Und es muss Leute geben, die sich mit den individuellen Rätseln beschäftigen. Das heißt, individuelle Stärken werden sehr geschärft. Es gibt nämlich Rätsel, die sind für die Geschäglichkeit gemacht. Und es gibt halt Rätsel, die sind fürs Köpfchen gemacht. Wir bieten auch teilweise so Führungskräfteschulungen an, wo es eben auch manchmal darum geht, wer hat überhaupt welche Rolle. Und es ist nicht immer so, dass der Chef auf dem Papier auch tatsächlich der Rudelsführer ist, sondern manchmal ist es eher der kleine Mitarbeiter, den man auf dem Papier gar nicht so wahrnimmt, aber dann der die Gruppe eigentlich anleitet. Und da gibt es beispielsweise so ganz einfache Spiele. Das nennt sich der gordische Knoten, wo alle Teilnehmer einmal in die Mitte greifen müssen mit geschlossenen Augen. Dann greift jeder eine Hand und dann ist es deren Aufgabe, sich zu entknoten, ohne die andere Hand loszulassen. Und dann geht es halt darum, drüber zu steigen, drunter zu steigen. Und auf einmal ist da halt eine große Gruppe. Und dann muss irgendwer das Zepter in die Hand nehmen und sagen, du musst jetzt darüber, du musst da drunter durch und so weiter und so fort. Und das ist ganz, ganz häufig auch auf einmal nicht der potenzielle Leiter oder Führer der Abteilung, sondern es ist jemand anderes. Also ich glaube, dass das auch eine schöne Maßnahme ist, um einfach vielleicht potenzielle Nachwuchsführungskräfte auch definitiv zu identifizieren. Das sehen wir auch ganz häufig. Wenn die Leute in dem Szenario drin sind und du vorher vielleicht mitgekriegt hast, wer der Chef ist und wer nicht, ist es häufig unter dem, ich sag mal, gewissen Druck. Es ist ja ein Zeitdruck da in diesen Escape Rooms, auch wenn er nicht groß ist, aber du spielst das Szenario, weil du es in der Zeit schaffen willst. Kristallisieren sich häufig einige Leute raus, die eher einfach sagen, so, jetzt hier geht es lang. Und das ist nicht der Chef immer. Das ist immer ganz interessant. Wie sieht es aus mit Azubis? Hattet ihr vielleicht irgendwie mal so eine Gruppe Azubis aus irgendeinem Betrieb? Ja, tatsächlich von der Firma Weber. Und von der Firma Webasto ist jetzt das, was mir jetzt sofort in den Kopf springt. Und da ist es tatsächlich auch so, dass die dann herkommen mit den Leitern der Städte oder der Betriebsleiter und dann hier eben ihre drei bis vier Stunden verbringen, je nach Gruppengröße. Und das ist eine super Sache, ist für die eine schöne Abwechslung. Aber eben auch vielleicht für denjenigen zu sehen, der verantwortlich ist, wer christellisiert sich denn besonders hervor? Wer kann vielleicht mal was übernehmen, was ihm vielleicht nicht so unbedingt liegt? Und das ist eine schöne Geschichte bei den Escapements, wie Thomas das schon gesagt hat. Das ist eben nicht das D-Stereotyp. Er ist Chef. Er hat jetzt zu entscheiden, sondern dass man dort auch tatsächlich mal die Rollen tauschen kann und jeder irgendwie eine andere Rolle schlüpft in seine besondere Stärke, die er vielleicht vorher gar nicht als Stärke erkannt hat. Die haben sogar letztes Jahr hier ein wunderschönes Turnier veranstaltet, also von sich aus selbst gemacht, mit Pokal organisiert und so. Also Webasto hat das super, super organisiert für die Leute, für die ganzen guten Firmen. Es waren mehrere Aufsichtspersonen da, die haben das selbst in die Hand genommen, Turniergestaltung und Pokale und so. Also für die Azubis war das ein super Event. Also wir müssen uns auf jeden Fall auch nochmal zusammensetzen und überlegen, welche teambildenden Maßnahmen wir dann in Zukunft auf jeden Fall auch zusammen machen. Sowohl für mein eigenes Team als auch wirklich, wir haben ganz, ganz viele Gesundheitstage und teambildende Events, die wir planen müssen. Und da muss ich euch auf jeden Fall auch mit ganz, ganz oben auf die To-Do-Liste mit reinnehmen. Haben wir irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendein Thema, wo ihr sagt, Mensch, das ist noch wichtig, gerade jetzt für das Thema Gesundheitsförderung im Betrieb, was Lasertag und den Escape Room angeht? So abschließende Infos für unsere Zuhörer und Zuschauer. Ich denke, wir haben eine ganze Menge besprochen. Ich hoffe, das kam grundsätzlich durch. Wir hatten das vorhin mal ganz kurz angeschnitten, dass es darum geht, zu erklären, was eine Escape Room ist. Ich denke, viele Leute haben dort immer noch eine gewisse Barriere, wo man eigentlich nur sagen kann, dann spielt das, kommt her, guckt euch das an, informiert euch auch gerne im Internet. Wir haben eine relativ schöne und gute Internetseite und habt keine Scheu von neuen Sachen. Ja, wir sehen sehr häufig, Leute, die einmal spielen, spielen dann alle vier Räume. Wenn sie gepackt sind, dann geht es richtig los. Also erst mal vom Virus gepackt sein. Richtig. Genau, weil es ist eben nichts Düsteres, es ist nichts, was völlig out of the box ist, außer beim Spielen der Gedanke, das haben wir vielleicht noch vergessen an der Stelle, so ein out of the box Gedanke ist manchmal gut. Und was auch die... Mach es mal konkret, was meinst du damit? Ja, wenn die jetzt zum Beispiel an die Herangehensweise eines Rätsels, ich kann natürlich nicht zu viel verraten, dass man da vielleicht mal kreativ mal denkt, mal um die Ecke zu denken, das macht den meisten Leuten tatsächlich eine ganze Menge Spaß, wenn die damit ein Erfolgserlebnis erzielen. Genau. Und was ich glaube ich noch mal ganz, ganz deutlich unterstreichen sollte, ist, auch beim Lasertag geht es ja nicht darum, sich gegenseitig abzuballern, weil das ist glaube ich auch noch so ein Punkt, da hatten wir selber eine Diskussion mit unserem Team, ob wir Lasertag spielen gehen, wo eben Mitarbeiter auf Konfrontation gegangen sind und gesagt haben, nein, ich will keine Waffe in die Hand nehmen und jemanden abschießen. Aber so ist es ja nicht. Und genau, das hören wir leider immer wieder. Letztendlich ist es, genau, es ist ein, wer die meisten Punkte sammelt, gewinnt. Sozusagen ein modernes Räuber- und Gendarmenspiel. Genau, Fangespiel oder... Fangespielen, genau. Und am Ende gibt es die Auswertung über den entsprechenden Monitor, der sieht, wer wie viele Punkte gesammelt hat. Und das ist eine super Sache. Also wirklich völlig ungefährlich, völlig gewaltfrei. Ja, finde ich super. Sehe ich genauso. Von daher vielen lieben Dank schon mal an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses tolle Interview. Ich hoffe, dass wir mit dieser Maßnahme auch mal was völlig anderes, unabhängig von irgendwelchen Rückenschulen oder Gesundheitstagen, einfach auch mal eine Maßnahme bieten konnten, die vielleicht auch mal ganz andere Mitarbeiter mit ins Boot holt zum eigenen betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine kleine Bewertung in den Podcast-Bewertungen in eurer App. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt entweder mir an die info-at-outness.de oder wenn ihr direkt Fragen habt zum Thema Lasertag und Escape Room, könnt ihr auch gerne die Jungs kontaktieren. Unter welchen Kontaktdaten? Ja, am besten per Mail, per Facebook. Also per Mail wäre es denn info-at-baltik-lasertag.de. Sonst bei Facebook einfach baltik-lasertag-at-neu-brandenburg oder Greifswald eingeben. Und ja, wir danken dir für die Einladung und wünschen dir alles Gute. Vielen lieben Dank. Danke. Dankeschön. Vielen Dank.